Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder... Ich habe mal einen Schleim schon gemacht. Das war ja dieser Nutella-Schleim. Und jetzt werde ich ein Schleim aus zweites Zutaten machen. Da braucht man... Ich habe jetzt schon Waschmittel, da steht schon dieses Dings. Und Kleber. Ich habe jetzt den hier genommen. Oder vielleicht... Okay, egal. Ich glaube, ihr könnt dazu das hier noch nehmen. Das weiß ich nicht richtig. Auf jeden Fall könnt ihr das nehmen. Als erstes kommt der... Also, dann fangen wir jetzt an. Also, wieso bin ich so aufgeregt? Okay, wir gehen den 10-Abo-Special ab. Und nicht wundern, bei diesem 10-Abo-Special habe ich vergessen, den Titel zu schreiben. Ja, und darum... Sorry, dass da jetzt nichts steht. Also, das war das 10-Abo-Special. Ja, okay. Auf jeden Fall tun wir hier jetzt den Kleber rein. Ich mache nicht den ganzen, weil wir haben nur noch diese Packung. Also, wenn... Ja, okay. Also, wenn ihr... Ähm... Kleber in den Tun... Den Tun getan habt, könntet ihr... Auch noch Lebensmittelfarbe hinzumachen. Ja. Ich nehme jetzt mal blau. Man muss es nicht, aber es wäre... Okay. So. Ich würde es dann vermischen. Nicht sauer sein, wenn das nicht funktioniert. Ich... Ich... Bei mir scheitern immer, fast immer solche... Das ist Schleifersicher. Außer einer. Der hat... Der hat eine richtig gut funktioniert. Aber ich glaube, der ist schon hart geworden. Jetzt versuche ich das. So ein bisschen... Sieht aus wie kümmer. Aber so ein bisschen... Okay, das tut ihr. Okay, ähm... Ich habe es, glaube ich, falsch gemacht. Also, macht lieber keine Lebensmittelfarbe rein. Das ist nie passiert. Ähm... Ja, jetzt versuche ich es noch einmal. Also, hier... Kleber... Ich habe gepupst. Und jetzt tut ihr immer... Immer nach... Ich versuche hier immer zu schneiden. Das ist es. Also, nicht zu schneiden, nur zu kacken. Ja. Auf jeden Fall macht ihr jetzt immer... Wirklich immer ein bisschen... Ein bisschen... Wirklich nur ein bisschen... Von dem... Waschmittel rein. Immer eins, zwei Tropfen. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Weil, ähm... Es wird dann wieder hart. Und dann erst weich. Und... Ja. Doch nicht so viel reintun. Und dann... Immer vermischen. Und dann müsst ihr auch immer wieder... Das war zu viel. Und dass das nicht funktioniert... Ja. Ja, 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 ja. Den falschen... Keine Ahnung. Wir versuchen... Versuchen wir das jetzt. Uh, uh, uh. Ja, das... Ja, auf jeden Fall. Machen wir das jetzt so. Machen wir... Tun... Mini! So, mini bisschen wieder hart. Und... Das ist ja wieder so. Das habe ich mal... In diesem Schleim-Sammlung... Wie soll ich mal gemacht? Ähm... Hab ich auch... Hab ich ja gesagt, Da gibt's sowas... Wer den ersten Kommentar schreibt, bekommt ein Herz. Und das hat diese... Les-Fräglichke... Ich kenn die. Auf jeden Fall... Ähm... Ja. Wieder... Das ist wieder so. Wer zuerst... Ähm... Ähm... Das wird jetzt... Das wird jetzt einfach... In jedem Video kommen. Und irgendwann... Wird vielleicht sogar mal einer kommen. Der darf dann... Das wird nix. Der darf dann... Also dann... Da sind dann zwei... Zwei... Sogar... Irgendwann wird bestimmt noch ein Video kommen. Das sag ich... Ähm... Der dritte und vierte oder so. Ja... Ich werde aber nie zehn Kommentare dazu haben. Und... Jetzt hab ich noch... Eine kleine... Ich weiß... Andere... Machen das immer am Anfang. Aber... Kommt ihr es hin... Am Ende des Videos... Für Vorteile einen Daumen nach oben zu geben. Mich zu abonnieren. Nicht die Socke vergessen. Und... In die Kommentare schreiben... Ähm... Was sie für eine Haarflüge haben. Also Herstelle. Blau... Herstelle. Ich hab blond. Ich hab zwei kurze Haare. Ich mag das auch so. Und halt blonde Haare. Und... Folgt mir doch auf... Äh... Music... Music... Musical.ly. Da heiß ich... Wartet ganz kurz... Nee, da heiß ich nicht wartet ganz kurz. Finny mit Doppel-N. Und... Unterstrich. Und dann... FN. Das ist zwar ein komischer Name. Aber so heiße ich da. Und dann müsst ihr da so ein Mädel... mit einer Käppi finden. Und dann bin ich das. Und da... Ja. Da seht ihr mich dann halt. Könnt ihr auch mal... Könnt ihr auch folgen. Das wird ganz nett. Ja. Und vor allen Dingen... Ja. Das war's dann eigentlich... Noch nicht. Also... Jetzt zeig ich euch noch... Das ist jetzt nicht wirklich was geworden. Und... Und... Sag ich mal... Also ihr könnt das nachmachen, wenn ihr wollt. Und dann sag ich jetzt einfach mal... Oh shit. Das Waschmittel ausgelaufen. Dann würde ich sagen... Ach... Und schreibt... Nee, doch nicht. Ähm... Also... Ja, okay. Dann würde ich sagen... Das ist die Uhr. Guck doch an. Einmal wie die Uhr. Tick, tack. So. Ähm... Und dann... Ja, ich weiß... Ich hab das jetzt schon gesagt. Ja. Dann würde ich sagen... Bye.